Hallo auf meinem Video Kanal. Ich stelle hier ein Messer der US-amerikanischen Firma Kurscher vor. Es handelt sich um ein Einhandmesser, das Design stammt von Ernest Emerson. Auch dieses Einhandmesser verfügt über einen praktischen Gürtelclip. Das Kurscher hat ein ansprechendes Design in Form Spearpoint. Das komplette Messer ist sehr sauber und sehr hochwertig verarbeitet. Ich hoffe mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!